Weiter geht's. Ich geh mal rechts runter. Aber ist egal, Jungs. Könnt einfach runterkommen. Ah. Oh, cool. Da war ein bekanntes Gesicht. Und Züge! Luke. Ah, das sind ja hier schon diese alten, äh, Komm-Mein-Züge hier. Headshot. Lasst mich da rein, lasst mich rein. Oh, werft halt Granaten nach mir. Und warum blutet die nicht? Nicht jeden Tag. Nur manchmal. Könnt ich uns jetzt auch alle umbringen? Nein, nur dich selbst. Hoppla. Ich will hier raus. Ich lass mich die Waffe wechseln. Ich lass mich die Waffe wechseln. Oh oh. Ich hab will kaum noch Leben. Hallo, ich bekomme noch Leben. Wurst mir die Pack. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Oh, mein Gott. In der hier. Das wird mir in ihren Sicherheitssystem. Jetzt finden meinen Vater. Oh, mein Gott. Diese schwöre Menschen. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Blablabla. Ach, das ist es? Ja, wir sind schon relativ weit. Okay. Er ist auf dem Weg. Lass ihn uns treffen. Ja, dann schau mal das Sicherheitsfeld aus. Ja, dann schau mal das Sicherheitsfeld aus. Ja, dann schau mal das. Er sollte hier sein. Ich muss das einfach öffnen. Da ist er. Schicker Blutfleck. Au. Das sieht so geil aus. Was machst du da? Naja. Oh. Naja, es geht. Wird das cool. Ja, sag mal. Was wird das jetzt? Holt ihr den da mal raus, oder was? Was? Hallo. Du hast hier auch einen Auftrag. Einen Hühnungsauftrag. Was? Oh Gott, ey. Ist doch ja ewig. Nein, das macht ja auch gar nichts mehr. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich glaube, das hängt wieder. Ja, denke ich auch. Okay. Stoppen wir die Aufnahme. Warum ein bisschen. So ein bisschen. Ich glaube TJ war noch draußen. Oh, weiter geht's. Du bist schuld. Wie immer. Immer ich. Oh, was trinkt denn da jemand? Is that really you? I can't believe you found me. Dad, are you alright? I'm fine, would you? You've got to get out of here. Kopf los. We're here to get you out, Dad. Nevermind me. Save yourself. We're not leaving you. I think I can recalibrate the Combine portal to get us out of here. Where will you go? I talked about the climate. This portal was almost out of here. If you need to repair it, you'll end up there. If he hasn't, well... It couldn't be any worse off. It's not worth the risk, Alex. I can't lose you. Get out of here. We're not leaving here without you. It's final. We can't leave you here without me. Don't worry, Dad. Now it's on the floor. Definitely. I'm gonna send you to the teleport chamber. I'm not saying goodbye, Dad. We'll meet you there. I know you will. I'll see you there later. Pfff. Die labern mir zu viel. Herrlich. Hau ab. Dann geht er wieder. Ah, stellt euch das mal vor, so ein Ding festzuhängen. Geil. Kann mir nichts besser vorstellen. Ha ha ha. Hauptsache, komm, irgendwie... Ich brauche nur irgendwie ein... Tablet oder so, da ich zocken kann. Pfff. Kennst du einen... ...Dinosaurier-Aboa spielen? Ha 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 ha. Ha 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 ha. Hoppla. Kleine Aliens. Immer noch keine Gesundheit. Ich sehe nichts. Hm. Oh, jetzt kann er weiter. Hä? Hä? Okay. Irgendwas übersehen wir. Ah, okay. Ich denke, sie wird das auch machen. Ja, irgendwie schon. Oh, ja. Hey, das ist meine. ... ... ... Oh, ja! Cola! Hey, das ist meine. Ja. Ich will ja! Hier ist noch Shotgun-Munition. Na, ihr habt alle voll. Ich brauche keine Shotgun, ich brauche Leben. ... ... ... ... shut物 ditititititititititit das sind ja wirklichen Regale im Luftschrank hm weg mit euch nervige Regale alter grub updates oеше Warum komm ich da nicht? Niemand durch da. Ich geh, komm nicht durch. Will die Mülltonne mitnehmen. Warum geht der mit dem wenigsten Leben eigentlich vor? Ja, ist richtig so. Ja, genau. Ich geh mir um den Sack. Standard, Warte, bleib mal da. Hat geklappt? Ich lebe noch. Die Dings ist weg, eher. Oh, Mami, Mami, Mami. Oh, ist hier, ist hier, ist hier, ist hier, ist hier. Hallo, na? Macht ihr doch schon wieder. Hier gibt's Munition. Handgranaten. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Da hat jemand stehen. TJ, du musst überlegen. Was? Wie? Oh, blind, rein, rein. Oh, oh, tot! Oh, nein. Ich wusste. Was soll ich die Kacke nochmal machen? Oh. Das ging gut. Krieg einfach die Mülltonnen nicht mit. Sicher springen die bis hier hoch. Das ist ja noch nie was von den berühmten Springkrabben gehört. Okay, die gehen auf die Eier. Ey, Mu, mach mal Taschenlampe an. Mann, gehen die mir auf den Sack. Meinen es doch an. Echt, dann ist die von Gideos. Wer brennt denn da? Wer hat da das Feuer gelegt? Der Pyromane. Ich bin da her. Jetzt weiß ich, wir brauchen noch eine Granatenlage. Ja. Jetzt habe ich so ein Ding nicht im Namen. Oh nein, 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 nein. Oh Gott, Türme. Er lebt noch alles. Er lebt denn, der Alte. Nein, keine Muni mehr. Er lebt denn, der Alte. Ah. Nein, er lebt nicht mehr. Er lebt nicht mehr. Au, 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 au. Ha. Oh. Noch einer. Der wollte wohl sterben. Noch ein Überläufer. Mhm. Hi, Kumpel. Hallo, da. Oh, na. Hallo, again. Auf hier. Kann ich mal das Feld ausschalten? Ja, easy peasy. Ach du wieder, mach mal. Bist du unfähig? Sag mal, bist du unfähig, das Feld auszuschalten? Hä? Ich wollte erst mal die Munition hier haben. Außerdem komme ich hier von hier natürlich nicht ran. Das ist jetzt ein bisschen kniffliger. Guck mal, da ist ne Bank. Ich komm mal da dran. Ja, dann mach. Müsste man eigentlich. Nein, ganz knapp nicht. Was ist denn Kack? Ja, eben. Wie soll man da dran dran kommen? Granaten, würde ich sagen. Das würden hier nicht so... Nehm doch mal die Bank aus der Tür. Ja, klar. Ach, die kann man da durchwerfen. Wie hieß der? Oh, hier ist Dosenwerfen. Ich bin als erster dran. Hast du Dosenwerfen noch? Oh, 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 oh. Oh, nicht rein. Oh, Dosenwerfen. Alle umgeworfen. Mit einer Granate. Oh, noch mehr. Oh, ja. Oh, lauft einfach links dran vorbei. Okay. Ich bin an der Tür hängen geblieben. Oder lass dich töten. Ihr seid unfähig. Ich heute sowieso. Ich heute sowieso. Ja. Ich sehe es nur wackeln. äh sind alle im ziel oh disconnect was ja ok das heißt ich hab schon ab